Also wer gleich hat die Backside Flip zum Foot Placement Also steht praktisch wie beim Backside Flip mit dem drüben Fuß und wie beim Kickflip mit dem vorderen Fuß Also ihr drückt den Backside Flip rein und sieht dann, wenn ihr euch hier seid, den Kickflip aus Und da bevor ihr euch mitzudrehen Ja, der sieht ja ungefähr so aus Okay, viel Spaß beim Lernen